Hey Leute, ich bin Dario und heute spiele ich mit euch Legendary Blockdash und lasst ein Like und ein Abo da. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein und wenn ihr euch wundert, dass meine Stimme anders ist, ich bin krank. Und ich versuche mein Bestes, um wieder schnell gesund zu werden, um wochentlich eine Videos hochzuladen oder monatlich. Keine Ahnung, kommt drauf an, wann ich Zeit habe. Und ich will mindestens einen raushauen oder Super Punch machen. In jeder Runde einen raushauen. Ich habe einen schon, aber ich mache ja trotzdem weiter. Es macht ja Spaß, Leute raushauen. Aber wenn die dich raushauen, hast du Krise. Vielleicht wisst ihr es schon, ich habe den Schneeball-Emotes. Aber eigentlich könnte die es nur da wissen, wo ich mein Dings, wo ich gestartet habe. Weil da hat man gesehen, dass ich den Pass fertig habe. Und ich kaufe mir natürlich ja jeden Pass. Ich jimm ihn auch manchmal durch. Also eigentlich immer. Aber wenn ich nicht genug habe, spiele ich dann erstmal, um den Pass durchzumachen. Hat der gerade eine Super Punch eingesetzt? Oh, da war saftig, Kollege Schnuscho. Okay, nicht getroffen. Wenn ich im Finale sterbe, ich lade es trotzdem auf YouTube hoch. Ich lade eigentlich nur Videos hoch, wenn ich gewinne. Aber ich verliere im Finale. So, Halbfinale steht an. Ich würde sagen, ich bin jetzt mal ein bisschen stiller, weil die hier richtig, also die schwitzen die mehr rein. Und im Finale schwitzen die komplett rein. Da muss ich auch richtig viel boxen. Sonst klappt das, ne, ein Kollege Schnuscho nicht. Der macht GG. Der, äh, der Noob, also Nooskin. Ich weine, dass ich noch nicht 100 Likes auf mein einen Short gekriegt habe, wo ich schon 97 hatte. Ich hoffe, einige werden das Video sehen und liken, weil ich brauche ein paar Likes und Abos. Also, ihr könnt ein Abo da lassen, aber müsst ihr nicht. Das abonniert gefühlt eh keiner. Ich habe nur 5 oder 4. Ich habe das Gefühl, niemand guckt nicht, außer mein Kollege. Also, der, mit dem ich den Account teile. Der heißt ja Dario und Luca. Und Luca ist meine Freundin, also mein Kollege, Kollege Schnuscho. Kennt ihr das? Ihr habt so ein Box-Emote und eine Volleyball-Emote und ihr wollt immer Box-Emote machen. Klickt aber auf Volleyball. Es ist so nervig. Er hat eine Nooskin macht schon wieder GG. Ja, der macht es kaputt, Digga. Ich habe noch keinen rausgeholt. Oh nein, nicht rausfliegen. Nicht rausfliegen. Ja, ich habe es noch überlegt. Warum wäre ich jetzt gestorben? Ich wäre so ausgeflippt. Das glaubt ihr mir gar nicht. Ich wusste nicht, ob ich Side-Jump oder Safe-Jump machen sollte. Aber ich habe mich für Safe-Jump entschieden, weil Side-Jump bei zwei Blöcken ist echt schwer. Ich schaffe das nicht. Jetzt, Box-Ich, mache ich Super-Punch. Digga, hätte der sich nicht bewegt, ich hätte einen Super-Punch. Ich mache aus dir Chicken-Wings. Ich mache aus dir Chicken-Wings. Komm her. Ich will dich essen. Hier im Finale mache ich ernst, weil hier die auch ernst machen. Die boxen hier viel mehr und das Wort Zeugs. Ich hasse es. Ich mag es. Ey, wer kennt es? Man liebt es zu boxen, aber man hasse es, geboxt zu werden. Es ist so nervig. Ey, wer versucht immer Super-Punch, aber fliegt manchmal dabei in die Laser? Schreibt es in die Kommentare, Bro. Es ist so nervig, wenn man dann in die Laser fliegt. Man flippt immer so aus. Am meisten ich. Weil ihr habt mich ja noch nicht ganz kennengelernt. Also ihr kennt mich nur von YouTube. Zack. Zack. Hui. Okay, stark. Nein. Stark. Ja, stark. Easy. Jetzt du ihn nicht. Oh Mist. Oh Mist. Das war ein Fehler. Ja, ich hab ihn geskippt. Das war keine gute Idee. Boah, die machen auch immer Tricks, ey. Ja, okay. Tricks. Aber nicht so wie die. Die machen 3000 IQ-Tricks. Okay, das war jetzt auch ein bisschen guter Trick, aber nicht der beste. Jo, wieder versucht mich zu boxen. Ehrenlos vorsehen. Oh, ich lebe. Oh. Oh, ich hasse diese Mauer. Aber die ist easy mit dem Trick. Ui. Oh ne. Nein, 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 nein. Okay. Schaff ich. Oh. Das ist ja... Ich hab... Oh. Oh. Okay. Ja, der macht den Trick. Der versucht mich aufzunehmen, der Schlingel. Kollege Schnurrfuß, geht ja mal gar nicht. Boah, ich hasse diese Leute, die versuchen, mich auseinanderzunehmen. Kollege, das klappt bei mir nicht. Oh Gott, das war knapp. Oh, da lebt's. Der ist krass. Der Kollege ist krass. Ich glaub, aber ich werd's gewinnen. Wenn ich jetzt keinen dummen Fehler mach, werd ich gewinnen. Wahrscheinlich. Okay. Jo, der macht mir nach. Zack. Wenn ich jetzt keinen blöden Fehler mach, sollte ich es gewinnen. Piu. Ja. So läuft es ab. Niemand kann mich schlagen. So, Leute. So geht's aus, wenn ihr euch mit mir einen Legendary Blockdash anlegt. Ich würd' sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Und ich wünsch euch ne coole Sommer... Also, einen guten Abend, guten Morgen oder einen guten Mittag. Und ich würd' sagen, bis dann.